Bei der Caffeo Passione One-Touch von Melitta ist euer Lieblingskaffee mit Milch nur einen Tastendruck entfernt. Tasse unter den Auslauf, ein Tastendruck für Cappuccino und fertig. Das Verschieben der Tasse ist übrigens auch nicht notwendig. Ganz einfach. Und unglaublich lecker. Viel Spaß mit der Caffeo Passione One-Touch. Euer Isabella vom Melitta Team.